Wir sind hier auf der Jagd. Äh, eigentlich. Oh Leute, wir müssen hier irgendwie erstmal die Viecher hier kaputt kriegen. Zwei Stück sind noch. Da oben steht einer. Wir haben ein Scharfschützengewehr. Oh, fuck. Boah, wie viel sind denn davon von den Viechern? Einer weniger. Da oben. Oh, einer weniger. Scheiße. Scheiße. Wir haben keinen Heilungsdrang mehr. Ich muss mal eben gucken, dass wir uns einen herstellen. Hallo? Da kommt da. Boah, aber auch immer mit ekligen Viecher, ey. Aber es ist nur einer. Den holen wir uns auch noch, ne? Wollen wir noch mal sehen. Aber wir haben keine Schmuten mehr. Doch, haben wir noch. Den kriegen wir auch noch erstmal auf. Fliegt der mal dieselbe Strecke, ne? Kann das sein? Fast. Jawohl. Lebt der noch, oder ist der auch noch runtergefallen? Wir gucken uns mal, warum die Musik gefällt mir nicht, Freunde. Die Geräusche gefallen mir. Ach, war klar. Wir haben keine Munen mehr. Wir haben gar nichts mehr. Das ist nicht gut, Freunde. Das ist gar nicht gut. Aber alle Viecher sind tot. Das ist... nicht schlecht. Mit ein bisschen Hoffnung kriegen wir zumindest ein paar Schüsse. Oder auch gar nichts. Toll. Okay, hier geht's nicht weiter. Da rein brauchen wir nicht. Das bringt uns gar nichts. Also nehmen wir den Aufzug und fahren mal nach unten. Oder warte mal. Hier ist auch noch was. Aha. Natürlich. War ja klar. Tschüss. Du kommst du mal wieder. Ich weiß das. Der kommt noch mal wieder, wusste ich doch. Immer zwei im Leben, ne? Er muss mir ja... Da muss mir ja das geben, was er hat. Jawohl. Leute. Da wird man echt... Ey, boah. Nicht noch einer. Wo denn? Über mir? Unter mir? Hinter mir? Aber die gehen eigentlich mit dem Messer ganz gut. Fliegende Menschen, ey. Gott. Fliegende Menschen, ey. Oder was das auch immer sein soll, ey. Da ist was. Haben wir auch abgeschossen. Da oben ist noch was. Gott, ey. Da ist auch noch was. Chemikalie. Das heißt, wir können Arznei herstellen. Und wir können ein paar Schüsse herstellen. Das ist schon mal gut. Die Frage ist, wo führt uns das hin? Oh mein Gott. Da ist doch keiner. Ein Seilzug? Willst du mich verarschen? Oh mein Gott. Ist klar. Ich ziehe jetzt hier am Seilzug und schwinge mich darüber. Nee, 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 nee. Leute, so schnell nicht. Ich will erst gucken, wo denn der Aufzug führt. Weil wenn das nämlich der Aufzug ist, den wir da nehmen können, dann müssen wir mal gucken. Da kommen wir ja auch wieder hier rauf, ne, eigentlich, oder? Wie war das? Dann kann ich den Aufzug nehmen, um wieder hier raufzukommen, ne? Also, die Frage ist, kommen wir hier mit dann runter? Ja, tatsächlich. Ich weiß, wo wir rauskommen. Denk ich mal. Aber cool gemacht. Ja, ich hab's geahnt. Der bleibt aber hier. Jo. Oder? Testen wir mal eben. Ja, der bleibt hier alles gut. So, dass wir den Schädel... Ja, 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 Madame ist wieder hier unten. Ich wusste es. Hallo? Die zukünftigen Erbungen... Alter! ...durch ist Dimitrescu vernichtet? Von einem wie dir? Ja. Wir haben doch noch ein... Haben wir nicht noch einen Schädel gekriegt? Ja, komm, dann gehen wir aufs Dach. Ah, schlecken. Sorry. Weil wir müssen ja erstmal... Ach, ne, wir müssen ja eigentlich erstmal... ...gegenüber der Küche. Kommt die hier durch? Ich bin hier durch. Komm, wir haben ein Problem. Ah, gegenüber der Küche. Einmal gucken. Und zwar ist da die Küche. Das heißt, wir müssen... ...unten... ...runter... ...dann links... ...und da ist die Küche. ...und da ist der Dungeon. Und da soll die Schatz... ...der Schatz sein. Ach ja, ist klar. Dann machen wir das so. Kommt die mir auch in der Küche hinterher? So, da ist die Küche. Ist das doof? Wieso sind die denn jetzt hier? Alter, wieso sind die denn jetzt hier? Das hat mir auch nur noch gefehlt. Ja, irgendwo hier muss das sein. Hier? Hm. Weil? Ach, hier. Ich bin Leute. Ich bin so mirabge auf. Äh... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Alter, alter. Okay. Der hat aber einen Schmerz. Aua! 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 Ab! Kommt ihr weg hier! Weg! Weg! Alter! Okay, hier muss irgendwo ein Schatz sein. Hier! Dafür brauchen wir den Schmied an Eisernen Schlüssel. Und dann kriegen wir nämlich jetzt den... Ja, ne, ist klar. Wie soll das funktionieren? Das ist schon so eine Idee. Okay, ich hab da so eine Idee. Wartet mal. Genau die Idee hatte ich. Kann ich hier irgendwas kaputt machen? Ah. Haben wir auch wieder ein Kristallfragment. Frick-Valment. Also hier ist Feuer. Haben wir hier. Stolenmohn, sehr schön. Können wir auch mal nutzen. Aber nichtsdestotrotz... noch ein bisschen näher. Äh, ein bisschen näher müssen wir da dran. Wenn ich da drauf schieße, bringt mir das mehr. Oh. Geht besser. Aber... Jetzt brauche ich nicht drauf zu schießen, glaube ich. So. So. Dann machen wir da rüber. Dann schwingen wir den Ding. Äh, der Ding. Ah. Ah. Das Ding und das Ding. Ah. Ah. Donner schießen. Scheiße. Viel Schuss. Ah. Jawoll. Damit haben wir den... ...gelöst. Und wir haben etwas gekriegt, womit wir... ...blaues Auge? Hä? Das kann doch nicht der Schatz sein, oder? Das suchen wir mal. Iiii. Wie sieht das denn aus? Iiii. Iiii. Wofür? Wofür? Silberring untersuchen wir auch mal. Aber da ist nix zum benutzen. Was ist mit dem Lippenstift? Was ist mit dem Lippenstift? Warum ist der so besonders? Keine Ahnung. Hm. Gucken wir mal die Schatzkarte an, würde ich sagen. Wir waren jetzt in der Küche. Wir sind durch das Labyrinth. Ja. Treasure 3. Und da stand drin, dass da was ist? Hm. Mit der wir die Trulla töten können. Ich würde sagen, das ist der Weg, oder? Treasure 3. Aber wie sollen wir die da töten? Ich glaube, ich werde jetzt ganz schnell runterrennen und speichern. Treasure 3. Das ist das. Definitiv hier. Definitiv. Aber wie sollen wir die da töten mit? Ich muss noch mal lesen, was da stand. Hm. Hm. Keine Ahnung. Wir müssen auf jeden Fall wieder aufs Dach. Die zukünftigen Erbenen des Hauses die Mitrescu vernichtet? Von einem wie dir? Halt die Bubble. Halt die Bubble. Dich töte ich auch noch, damit du es weißt. Wie komme ich denn nochmal aufs Dach? Ach, hier. Ja. Ja, wir haben alle getötet, Freunde. Alle. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir jetzt hier weiterkommen. Hätten. Hätten vielleicht mal speichern sollen. Der ist vielleicht nicht verkehrt gewesen, ne? Wenn die auf uns da unten wartet. Komm, wir gehen nochmal runter und speichern. Dann haben wir das hinter uns. Oben war ja nichts zum Speichern. Ich weiß nicht, ob der Typ da was macht. Wenn die da plötzlich vor ihm steht. Hä? Wir speichern mal. Wo ist sie? Irgendwo ist sie. Hier? Hallo. Ich habe mein Geschäft erweitert. Komm. Nein. Jetzt nicht. Wir haben keine. Zeit mehr. Wo ist sie? Oh, da ist sie ja. Die zukünftigen Erbenen des Hauses, die Mitrescu vernichtet, von einem wie dir? Hm. Ja. Ganz recht, Madame. Wir haben uns drum gekümmert. Einfach mal so, weil wir es können. Hehe. Pfff. Ach, ist das schön. Also es sind alle komischen Käferviecher weg. Geil. Aber uns fehlt noch ein Schädel. Äh, ein Schädel. So. Dann wollen wir mal wieder hier hochgehen zu der Seilbahn. Und dann mal gucken. Ne, warte mal. Ne, andere Seite. Zum Glück kommt ihr uns hier oben nicht hinterher. Ey, das wäre, boah. Das wäre echt übelst. Die Flatterviecher haben wir auch weg. Wir haben, äh, wir haben eine Flinte. Ach, ist das schön. Leute, ist das schön. Finde ich richtig gut. So, dann müssen wir noch hier, warte mal. Äh. Hier hoch. Dann gehen wir mal hier hoch. Sehr schön. Ja. Und bevor wir jetzt da weitermachen, das seht ihr in der nächsten Folge, sag ich erstmal tschau. Ja. Ja.